Die verschiedenen Prozesse sind entweder über die Hauptarbeitsmaske, wie beispielsweise hier, oder über das Hauptmenü erreichbar. Um alle Kacheln im Hauptmenü anzuzeigen, muss zunächst der Einstellmodus aktiviert werden. Das geschieht in der Kachel mit dem Schloss. In der ersten Kachel wird die Prozessübersicht dargestellt. Hier sind die einzelnen Tanks aufgelistet und die Prozesse für Geschwindigkeit, Gebläse, Restmengenüberwachung und Fahrgassen aufgelistet. Bei den Tanks werden die Produktinformationen aufgeführt. Hier kann durch die einzelnen Tanks und Booms geschaltet werden. Bei diesem Button kann die gewünschte Ausbringmenge eingestellt werden. Ist dieses Symbol hier aktiv, wird der Wert eines Taskcontrollers für die Ausbringmenge übernommen. Aktiviert man dieses Symbol, kann man die gewünschte Ausbringmenge einstellen. Hier sind jetzt 200 Kilogramm pro Hektar eingestellt. Mit diesem Button kann der komplette Dosierer deaktiviert werden. Hier kann die Restmengenüberwachung für den Tank aktiviert oder deaktiviert werden. Hier muss unbedingt die reale, befüllte Menge in den Tank eingegeben werden. Hier ist der Delta-Step aktivierbar oder deaktivierbar. Der Delta-Step bezeichnet die prozentuale Änderung der Sargutmenge, welche man im Betrieb manuell einstellen kann. Hier kann auch die Schrittweite des Delta-Steps eingestellt werden. Auf dieser Kachel kann die Saalflussüberwachung aktiviert oder deaktiviert werden. Auf diese wird in einem weiteren Video näher eingegangen.